So Leute, kurzes Info-Video, ich hoffe, das läuft jetzt alles so, wie es laufen soll. Und zwar, das nette Spiel nennt sich Cookie-Clicker, aber es geht nicht um Cookie-Clicker, sondern es geht um eine Xbox. Ja, sie funktioniert wie da mein Baby. Läuft wie am Stück, aber ich kann nicht aufnehmen. Ja, wegen Virtual Up. Und zwar spielt mir das Programm immer mit einem Blue-Screen nach 2-3 Minuten ab. Ich weiß nicht warum, ist mir auch scheißegal. Ich werde jetzt erstmal keine Xbox Gameplay bringen. Ich werde erstmal Pokémon durchziehen und danach schauen, was los ist. Und ja, und zum Geburtstag kriege ich hoffentlich einen neuen PC. Also meine Mutter meinte, ja, kriegst du und so und ja. Wenn ich ihn habe, kommt auf jeden Fall wieder Xbox oder zum ersten Mal Xbox, ja. Mehr will ja nicht gar nicht rein, hier ist Cookie-Clicker, einfach mal googeln. Und ja, ich sehe jetzt einfach nur noch zu, wie meine Cookies hochrattern. Rrrrt. Die Farm bringt vier Cookies pro Sekunde, nice. So, drei Cookies, das können wir auch noch upgraden. Und ja, ich werde das jetzt noch ein bisschen spielen. Ich werde später noch einen Bericht zeigen. Und ja, danke für euer Verständnis. Und nehmt die Info euch bitte zu Herzen. Und ja, ich werde Pokémon erstmal weitermachen. Tschüss.